Also wenn ihr nicht so wollt, wie ich das will, dann werden wir ein kleines Problem kriegen. Meine Freunde, Freunde der Sonne, so geht das hier nicht, ne? So, da, jawohl, dahinten liegt doch was, perfekt. Jetzt muss ich aber mal gucken, wo es hier lang geht. Dann, halt, da war da was. Und jetzt, zack, zack, zack. Okay. Da haben wir noch was. Da, da. Mein Gott, hier liegt ja so viel rum. Leider können wir die Tresoren nicht aufmachen. Schade eigentlich. So, wo müssen wir lang? Ich denke mal hier hinten, ne? Ja. Oh, okay. Jetzt töten wir ein paar Nazis. Wir haben ja eh keine Schnitte. Na, was geht denn hier? So. Schnell da mal vorbei, dann können die uns nix. Wow. Steht denn mehr Weg? Kleiner Penner. Ah, da ist noch einer. Von den Über-Nazis. Ich hab gleich keine Munition mehr. Dann würde ich sagen, wechseln wir erstmal. Uhuhuhu, die Waffe. Jetzt sei da dran. Zack. Hallo. Hallo. Du sollst. Ja, ich weiß. Und ich knall euch gerade hier erstmal alles um die Ohren. Die kleinen Drecksäcke. So, wir machen erstmal Schrot. Wir schroten sie weg. So, da ist nix. Okay, dann müssen wir, müssen wir dahin. Hier haben wir noch ein bisschen Medi und ein bisschen Munition. So. Boah. Was erwartet uns jetzt? Rechtsrum. Ah, wir sind im Kreis gelaufen. Haha. Ja, ist ja. Ist ja kein Problem. Jetzt muss ich aber erstmal gucken. Der hatte noch was genau. Und Munition. Wo müssen wir denn jetzt hin? Ach, hier. Die Leiter. Okay. Leute, das ist ein Befehl. Wisst ihr Bescheid? So, jetzt müssen wir erstmal wieder die Waffe wechseln. Und schnibbel, schnibbel, schnabbel. Und wir sind durch. Jetzt muss ich aber erstmal mir wieder eine andere Waffe hier drauf machen. So. Nein. Die Schrotflinte. Okay. Puh, hier geht's ja voll ab. Leute, chillt mal. Raucht mal weniger. Kleine Drecksäcke. Bam. Boah, es geht hier ab hier gerade. Ja, so liebe ich das Spiel. Können wir eigentlich nach oben gehen. Komm. Zack. Boah, mutig. Und wir schießen ihnen die Beine weg. Was willst du, Junge? So. Granaten. Ob da hinten kommen da jetzt noch welche, ne? Okay. Immer noch nicht. Boah, jetzt müssen wir auch mal hier in Deckung gehen. So normale Gegner, die gehen mir ja tierisch auf den Sack gerade, ne? Hier ist einer. Hier ist einer. Da ist einer. Hallo. Wo willst du denn hin? Und da erst mal die Munition einsammeln und heilen und... So muss das sein. Munition und Granaten. Aber ansonsten ist hier auch keiner mehr, ne? Merke ich gerade. Da läuft hier noch einer rum. Wo bist du? Wo bist du? Wo, du Seien? Zah! Zah! Okay. Gut. Ich würde sagen, ich sammle jetzt erstmal hier alles ein. Das Level ist danach sowieso erstmal zu Ende. Das weiß ich. Da war doch was. Da oben ist nämlich gar nichts, oder? Können wir uns heilen und aufladen. Genau. Und ansonsten... Ah, hier. Ja, super, dass wir nochmal hochgegangen sind. Da würde ich sagen, geh mal einfach mal runter. So, schnell mal hier runter. Da, 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 da. Und wir wechseln die Waffe, denn wir brauchen jetzt die Waffe hier. So. Okay. Munition haben wir genug. Das ist schon mal sehr gut. Was haben wir hier? Ah, hier finden wir auch noch eine. Ja, perfekt. Ansonsten gucken wir mal, was wir hier hinten noch haben. Boah. Ansonsten ist hier gar nichts mehr, ne? Ne. Gut. Dann würde ich sagen... Eins. Zwei. Ähm. Drei. Und vier. Würde ich sagen, einmal nochmal aufladen. Oh, das war ja jetzt nicht wirklich viel. Und einmal drücken. Kats in the bag. Pags in the river. Keep the channel open, Blazkowicz. We are inbounds. Tracking your signal. You know what you have here, Captain Blazkowicz? This is the Eva's Hammer. The crown jewel of the Nazi U-Boat fleet. There's a nuclear cannon on this boat. Uh, correction. Our nuclear cannon. Some backbone on this here magnificent fucking U-Boat, Captain. I'll give him that. Took the decryption keys to the nuclear cannon to his grave. It won't fire? Well, not the nuclear warheads, no. They and I was pining to ram a big proper atom bomb down Deathshead's throat. So let's find the decryption keys. The actual physical nuclear decryption keys are not kept on planet Earth. They're stored in the Nazi lunar base. New-Boat captains are required to learn them by heart. With the lunar bases, the most secure facility the Nazis have. It's where they do all their top secret research these days. What's your point? Uh, Caroline and Anya are working on a bucket each queue. Ach, hier sind wir schon. Auch nicht schlecht. Mhm, 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 ja, genau. Mhm, mhm, ja, beeil dich. Ähm, ja, würde ich ja gerne machen, aber ihr steht mir ja immer im Weg. So, dann gehe ich von hier rein. So, und betätige mal den Knüppel hier. Sieht nach einem Judenstern aus. Ah, wir sind schon da. Juss. Was wird uns jetzt hier erwarten? Nein, Quatsch. Ich gehe mal davon aus, jeder von euch wird Wolfenstein in die Order schon durchgezockt haben. Und er weiß, was hier jetzt passiert. Jetzt müssen wir aber erstmal wieder auf unsere Kollegen hier warten, denn die sind nicht die schnellsten. Aber ist ja alles kein Problem. Ich gehe mal davon aus, jeder von euch ist offenbar, aber jetzt bin ich glaube, dass wir vielleicht die letzte Besuchung sind. Ah, hier sind wir. Aber ich muss sehen. Warnung. Blablabla, blablabla, Bobbiemeisters. Just step inside. Ja? Es gibt eine Transition-Chamber, die Hauptbahnhof. So, dann gehe ich mal rein, ne? Und bis gleich. So, wir müssen jetzt den Weg bis da nach oben finden. Äh, machen. Müssen wir erstmal darüber kommen. Machen wir das doch so. Komm. Hallo. Komm. Hoch da. Hoch, hoch, hoch. So, wir wechseln mal die Waffe. Komm, jetzt mach schon. Klar. Okay. Ah, hier. Ja, wir hätten uns das alles schenken können. Hahaha. Okay. Okay. So, jetzt können wir nämlich nach oben. Zack. 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 Und dann hast du hier. Und da. Und da. Und da. Da. Und da. Und da. 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 Und schnell. Würde ich sagen. Hoch da. Und wir drücken den Knopf. Und wir haben es geschafft. Im ersten Mal. Super. So muss das sein. Jetzt muss ich aber erst mal gucken. Oh. Okay. Okay. Gut. Perfekt. Können wir ja ein bisschen was einkassieren hier. Huch. Hä? So, was haben wir denn hier? Keine Roboter! Da hinten liegt noch was. Das nehmen wir auch noch mit. So, ein Bällchen. Und hier einmal. All right. Komm in. Komm in. Hey, what you got kind of like? We have a lead on source decryption keys for the nuclear cannon. Anya? It's a troop transport train recalled from the African front. On board is the chief research scientist for Death's Head's later generation Super Soldaten program. He's leaving for the Nazi lunar base tonight to oversee the launch of the new Super Soldaten. The intercepts a troop transport train. Locates a chief research scientist. Steal his identity and use it to permit Blazkowicz to take his seat on the lunar shuttle. Once you're the lunar base, you need to find some nuclear decryption keys and bring them back to Earth. How to intercept a high-speed Nazi two-transport train? Best side will be the Gibraltar bridge. Okay, yeah, okay, but how? Set. Any ideas? We can use this one. This is very, very powerful. Where, in English you can call it, I mean, how's the spindly torque. You drop this in front of the train. This will stop anything. Excellent. Leave right away. That third train is that route. Fuck me. I know what you're thinking, Blazkowicz. No chance. I'm keeping this thing. He gives that to Caroline. Fucking look at it. Damned monster of a bridge. A Nazi highway to the African front. Fucking genocide enabler. The train should be arriving at the bridge any moment now. You heard it, Blazkowicz. Stand by. Now, try the weapon and drop it. What? What? Do it, Blazkowicz. Ah, yeah, okay. Hey, the train! Coming down the bike! Hey, the train! Coming down the bike! Watch out what you always do! Haha! It's just you doing you! Hey, Blazkowicz. You're there? That train's going nowhere. I'm gonna drop off the crazy American. He's got that angry look on him again. Rock your second. Keep up. It's a good work. Hey, Blazkowicz. See that railway wagon mark number 6. Tangling over the heads like a bungled up horse's head on a broken neck. Okay, da ist unser Ziel. So, meine lieben Freunde, aber wie es hier weitergeht, das erfahrt ihr dann in der nächsten Folge. Ich wünsche euch Spaß. Bis dahin. Tschüss! Tschüss! Tschüss!